Engineered Components, Fostering Systems und Distribution and Logistics sind die drei Hauptsegmente dieses Unternehmens. Mitarbeitende werden von Dienstleistung und Handel bis zur Produktion und dem Vertrieb eingesetzt. Dieser weltweit vertretene Hersteller möchte gemeinsam Erfolg erfinden, um stets Verbesserung und Innovation anzustreben. Die Firmenkultur verbindet Tradition mit Fortschritt und spiegelt dies stark in den Entwicklungsmöglichkeiten jedes Mitarbeitenden wider. Ein großes Angebot an gemeinsamen Freizeitaktivitäten macht die SFS Group Schweiz AG zu einem geschätzten Arbeitgeber.